Wenn es sich wahrlich verdient. Bisher total überlegen, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür braucht es schon nur ordentliche Schusstechnik. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.